Antonius Apotheke Altötting Neuer 24 Stunden Abholautomat in der Apotheke am Eingang Reischelstraße. 24 Stunden, 7 Tage die Woche bestellte Medikamente einfach flexibel abholen nach Ladenschluss. Einfach Barcode auf den Bestellzettel am Abholautomaten einscannen und Medikamente auswerfen lassen. Oder Sie lassen sich die Medikamente wie gewohnt nach Hause liefern. Bahn frei für spannende Spiele und viel Spaß. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre im Top Bowl in Neuötting. Buchen Sie Partypakete, Familientag, Kindergeburtstage, Schulausflüge und und und. Von Mittwoch bis Sonntag jeder Tag ein Aktionstag bis hin zum Midnight- oder Nachtschwärmer Bowling von 0 bis 2 Uhr. Näheres erfahren Sie auf unseren Social Media Kanälen oder unter www.top-bowl.de Traditionell am Palmsonntag, in diesem Jahr am 10. April 2022, wurde der Neuöttinger Stadtplatz wieder zum Marktplatz. Organisiert wurde der Palmsonntagsmarkt in Neuötting von der Stadt Neuötting. Die etwa 60 Piranten hatten ein breit gefächertes Angebot im Gepäck. Von Lederwaren bis hin zum Ostergesteck und vom Apfelscheller bis hin zur Zahnbürste war alles mit dabei. Aber auch für Kinder war einiges geboten. Diese durften sich über ein Kinderkarussell freuen und Supermond hat wieder ein Kinderschminken angeboten. Eine echte Augenweide am Neuöttinger Stadtplatz ist der Osterbrunnen. Keine zwei Wochen vor Ostern haben Stadt-, Bauhof- und Frauenbund dem Brunnen am Stadtplatz aufs Fest der bunten Eier eingestimmt. Mit jeder Menge grünen und rund 1500 bemalten Plastikeiern. Die Eierketten, einst gemalt von Mädchen und Buben mehrerer Kindergärten und die großen gelben Schleifen, brachten einen fröhlichen Farbtupfer in die Stadt. Kindergärten Der Osterhase ist heute auch in Neuötting unterwegs. Wir haben ihn gerade bei Spielweltschutz entdeckt. Wie gefällt es Ihnen denn hier? Oh, sehr gut. Sehr, sehr viele Kinder und überall strahlende Gesichter, wo man nur hinschaut. Und Sie haben ja auch was für die Kinder dabei. Was ist denn das? Ja, da habe ich kleine Schokohasen. Die kommen ganz gut an, vor allem am Stiel. Da kleckern sich die Kleine nicht so voll. Wie ist denn Ihr Eindruck, wenn die Kinder Sie sehen? Freuen sich die? Zu 98 Prozent, ja. Zwei Prozent fürchten sich. Liegt aber vielleicht am großen Mund. Der Osterhase verteilt ja heute schon ganz fleißig Süßigkeiten an die Kinder, aber hat der denn noch weitere Aktionen bei euch parat? Ja, der bekommt heute noch eine Zusatzaufgabe und zwar darf er über Nacht diese Eier verstecken. Und davon haben wir 300 Stück, die man im Geschäft finden kann. Die Kinder suchen die ab morgen und bekommen dann, wenn sie dieses Ei an der Kasse abgeben, ein gefülltes Osternest von uns. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das waren die Impressionen vom Neuöttinger Palmsonntagsmarkt. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihre Nicola Koska. Antonius Apotheke Altötting. Neuer 24-Stunden-Abholautomat in der Apotheke am Eingang Reischelstraße. 24 Stunden, sieben Tage die Woche bestellte Medikamente einfach flexibel abholen nach Ladenschluss. Einfach Barcode auf den Bestellzettel am Abholautomaten einscannen und Medikamente auswerfen lassen. Oder Sie lassen sich die Medikamente wie gewohnt nach Hause liefern. Bahn frei für spannende Spiele und viel Spaß. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre im Top Bowl in Neuötting. Buchen Sie Partypakete, Familientag, Kindergeburtstage, Schulausflüge und, und, und. Von Mittwoch bis Sonntag, jeder Tag ein Aktionstag bis hin zum Midnight- oder Nachtschwärmer Bowling von 0 bis 2 Uhr. Näheres erfahren Sie auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter www.top-bowl.de Dirkusik. 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 Vielen Dank.